Hallo Kinder, ihr wisst ja wer ich bin. Ich bin Prinzessin Corona. Oh, hey, Papa la Papp, jetzt habe ich mich schon wieder verquatscht. Also, ich heiße Prinzessin Corinna, aber weil alle Leute zu mir immer Prinzessin Corona sagen, bin ich jetzt ganz durcheinander gekommen. Und das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Hoffentlich passiert mir das nicht wieder. Also, ich heiße Prinzessin Corinna und das ist auch gut so. Gerade war ich im Garten spazieren und da ist mir was eingefallen. Der Papa hat nämlich noch ein Geschenk für mich gehabt. Hm, also, das Geschenk, das hat er noch verpackt. Also, nicht richtig verpackt. Er hat da einen Teppich drüber gelegt und hat gesagt, ja, das Geschenk, das war die ganze Zeit auf dem Dachboden und vielleicht gefällt das mir. Hm, ja, jetzt gehe ich mal in mein Zimmer und packe das Geschenk mal aus. Ich bin ja gespannt, was das ist. Gut. Seht ihr? Hups, da ist, ohlala, da ist ja ein Männchen drin in einer Kiste. Oh, sieht aus wie ein Spiegel. Ich glaube, da steht auch oben was drauf. Zauberspiegel. Hm, also, ich kenne den von Schneewittchen. Ich frage mal, wie Schneewittchen gefragt hat. Äh, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Obwohl, das ist eigentlich völlig uninteressant. Papa sagt immer, ich sehe ja auch schön aus ohne Lippenstift. Das gibt nur Flecken. Und ohne Nagellack. Das geht immer so schlecht wieder ab. Und, und, naja, egal. Auf jeden Fall. Das Männchen da drin, das ist wohl doch kein Geist. Hallo, du komisches Männchen. Das antwortet gar nicht. Ha, ha, aber da ist so viel Stau. Da, tschi! Gesundheit. Oh, jetzt hat es geantwortet. Danke sehr. As-salamu alaykum. Ach, ach, sie sind gerade beim Mittagessen. Salami mit Eidrum mag ich jetzt nicht. Nein, du Unwissende. Das heißt, der Friede sei mit dir. Ach ja, der Friede, ja, den kann man immer gebrauchen. Das ist gut. Und, und Gesundheit soll auch mit mir sein. Ja, der Friede und Gesundheit sei mit dir. Aha, und das heißt Salami mit Eidrum? Nein, das heißt As-salamu alaykum. Das kommt aus dem Persischen. Und das heißt, der Friede sei mit dir. Ach so, jetzt habe ich wieder was gelernt. Und, äh, du bist ein Zauberspiegelgeist? Ja, ich bin der Geist aus dem Zauberspiegel. Möchtest du mich etwas fragen? Hm, ja, äh, tralala. Was soll ich denn fragen? Äh, ich bin ja nicht die Hübscheste im ganzen Land. Nein, das ist Alice im Wunderland. Oh, Alice im Wunderland ist die Hübscheste. Das wusste ich ja noch gar nicht. Hm, nicht Schneewittchen? Nein, Schneewittchen ist älter geworden. Die ist nicht mehr die Hübscheste. Aha, so, so, habe ich wieder was gelernt. Hm, Alice im Wunderland ist also die Hübscheste geworden. So, so, so. Hm, ja, ich möchte dich noch was fragen. Wie komme ich denn zu meinem Kuscheltier? Der Hase, der will nicht mein Kuscheltier sein. Dein Kuscheltier? Ja, das musst du dir selbst fangen. Denn das läuft ganz schnell und hat ein weißes Fell. Aha, das Kaninchen. Richtig, so heißt es wohl in eurer Sprache. Hm, okay. Du hast mir schon sehr geholfen. Dann gehe ich noch mal in den Garten und gucke mal, wo das Kaninchen ist. Ja, das ist eine gute Idee. Salam Aleikum. Tschüss. Ja, tschüss, lieber kleiner Geist im Spiegel. So, tschüss, Kinder. Ich gehe jetzt in den Garten. Ja, tschüss, liebe Kinder.